Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Minecraft Karma. Jawohl. Ähm, ja, wir sind bei uns zu Hause und es regnet. Ah, eklig. Ekliges Wetter. So. Hehe, aber nichtsdestotrotz wollen wir dann uns nicht lumpen lassen. Wir sind Wetterfest und wir wollen die fehlenden Platten machen. So, vor allen Dingen die hier. Ähm, so. Zweimal Zertus Quads, zweimal Nether Quads, zweimal Charged Zertus Quads. L. Silikon, Skystone und Block of Iron. Ja, wie ihr seht, habe ich hier übrigens noch einen zweiten. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin mal hier oben hingelaufen. In der Hoffnung, dass ich da die fehlenden finde. Aber Pustekuchen stattdessen waren da. Moment. Hier. Zwölf Nuggets Electrum und noch eine Engineering Press. So, das heißt, dafür braucht man jetzt das hier. Zwei. Na. Zwei davon und zwei davon. Einmal Silikon. Äh, Skystone. Und ein Block of Iron. Okay. Das ist der normale Quads. Der Charged. Und boom. Die Silikonpresse. Sehr schön. Haben wir die auch? Und dann fehlt uns noch diese hier. Die Calculation. Ich weiß nicht, ob man sie unbedingt braucht, aber... Was wir haben, das haben wir. Da. Oh, dafür brauchen wir Pure Zertus Quads. Ah, ja. Hm. Okay. Den müssen wir aber erst züchten. Mäh. Ja, gut. Hm. Das dauert nur halt so ewig. Okay. Dann gucken wir mal, wie weit wir hier mitkommen. Als allererstes brauchen wir das hier. So, wie war das noch? Äh, genau. Ein Charged. Zertus Quads. Ein Nether Quads. Und ein Redstone Dust. Okay, kriegen wir hin. So, Redstone. Von dem Flux brauchen wir eh ein paar mehr. Machen wir mal so... 16 Stück. Das gibt dann einen halben Stack. Achso, und ein Nether Quads. So, unser Redstone ist wahrscheinlich wieder im Rucksack gelandet. Ja. So, dann einen Eimer. Na, wo sind die Eimer? Da. Ach, es ist Nacht. Mäh. Oh, wir brauchen Wasser. Aber... Ach, dafür bräuchten wir eigentlich gar keinen Eimer im Endeffekt. Weil wir können das Ganze ja auch direkt hier reinschmeißen. So. Oh. Ach, der Rest ist wieder im Rucksack gelandet. Hm. Oder auch nicht. Moment. Okay. Machen wir erstmal gerade den Magnetmodus aus. Und nochmal. Aha. Na also. So, 32 Stück haben wir jetzt schon mal. Aber ich nehme trotzdem mal gerade einen Eimer mit Wasser mit. Oh, da hinten ist eine Witch. Also, ich verfutter gerade mal hier das Ganze, die ganze Nahrung hier, die von, what ist das? Ah, Palmsalverscraft genau. Ähm, damit sind wir mal aus den Kisten raus, weil ich habe ja umgesortiert, wie ihr seht, hier ist nur noch Naturzeug drin und in den anderen ist ja ganz restliche Crap. So, gut. So, gut. Wir haben Flux Crystals. Was brauchen wir noch? Wir brauchen 5 Eisen und 2 Sticky Pistons. Okay, die kann man ja auch mit Rubber machen hier. Okay. Da sehe ich gerade, hier ist noch was drin, das gehört hier nicht rein. Ah, da sind die ganzen Loks. So, okay. Wir brauchen 2 davon. So, hier draus können wir uns wieder Holzblöcke machen und dann brauche ich Stein. Und Moment, bevor ich das aber tue, um Keilen. Wir sind hier schon wieder drin. Einmal Sand. Ja, gut. Ein paar Steine. Jetzt können wir Magnetmonos auch wieder einschalten. So. Ups. Nein, ich muss erstmal Blöcke haben. Ach, das kannst du bei den Sakura gar nicht mehr. Okay. Okay, okay. Ähm, ja. Ach so, und ich habe da hinten alle Bäume nochmal abgesenzt. Äh, abgeerntet. Ja. Das war alles, was ich jetzt gemacht habe zwischen den Episoden. So, zwei Stück dahin, zweimal das. Oh, Eisen. Zwei Eisen und Redstone. Ähm, so. Und so. Und so. Bumm. Damit haben wir Pistons. Und daraus werden Sticky Pistons. Okay, dann brauchen wir noch 5 Eisen. Wo machen wir mal direkt gerade ein bisschen mehr raus. Da, da, da. Ups. So. Inscriber. Jawohl. Cool. Haben wir den schon mal. Der braucht, glaube ich, Strom, ne? Hm. Ja, gerade gucken, ob ich den hier platzieren kann. Oder braucht der gar keinen Saft? Ich weiß gerade gar nicht. Naja, gut. Ähm, sei's drum. So. Applied Energistics. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist... Wo ist er? Ne, nicht Crafting Unit. Auch nicht den ME-Controller. Weiß, weiß. Das ist aber noch lange nicht. Bin ich jetzt verwirrt? Wo sind der Energie... Da. Der Acceptor. Quarzglas, okay. So, vier Stück waren es, glaube ich, ne? Ja. Flux-Crystal und Eisen. Ach, das ist Fuse-Cru... Das ist das Falsche, demnach. Moment. Hä? Ach so. Oh, du Jemini. Okay. Das war das. Ähm... Gut, dann kommen wir hier. Mach mal kaputt. So, dann brauchen wir normales Glas. Und was noch? Ah, nein, das war es, okay. Ähm, jetzt habe ich wieder vergessen. Ach so, genau. So, okay. Das sollte erst mal reichen. Ach man. Jetzt wird mir echt mal merken, in welcher Kiste was ist. So, also nochmal. Dum, dum, dum. Eisen drumherum. Energy Acceptor. Sehr schön. Wie gesagt, das Ganze wird hier auch erst mal noch ziemlich provisorisch aussehen, alles. Aber das kommt alles mit der Zeit. So. So, Output. So. Dann... Brauche ich... Eigentlich nur noch einen Controller. Äh, einen Drive und ein... Oder so eine Kiste erst mal, eine M.I. Chest. Aber ich habe... Ne, eine M.I. Chest bringt mir im Moment nicht so viel. Eigentlich jetzt schon nicht mehr, weil wir einfach zu viel Verschiedenes haben. Deswegen muss es wahrscheinlich doch das hier sein. So. Ein Diamant mit einer Engineering Press. Also, wir brauchen zwei Stück davon. Inscriber. Bumm. Bumm. Ah, ich glaube, der braucht gar keine Energie. So. Haben wir die. Die Silikon war da mit der... Ja. Ja, gut. Macht Sinn. davon können wir direkt dann schon mal ein paar mehr hier machen wir erst mal gerade nur minimalistisch so falsche ich kann ja immer nur ein rein tun so dich raus dich da rein dich da rein und dich da rein geht das auch so um ach das ist sogar egal wie rum ok so da haben wir das so iron mi kabel quatschweiber das ist ganz normales glas und einfach nur quatsch das noch das heißt ich brauche doch mehr quatsch das dann nehmen wir jetzt aber mal gerade hiervon so wächter ding alles klar 32 das so quatschweiber dafür brauchen wir noch glas ich will eigentlich gar nicht so viel machen jetzt gerade also nicht alles eigentlich ich würde sagen machen wir mal fünf mal drei jetzt ist eine gute anzahl die anzahl ist okay 15 so das hier mit machen wir erst mal 20 so 20 kabel ok gg gutes spiel so ok ja sascha konzentration serious mode nein bei lol wird man jetzt sagen mal drei habt so die beiden jawohl ein drive jetzt so wo sind meine kabel da nein das ist blöd meist lieber so ok dann brauche ich wo ist es crafting terminal moment hat da ist es doch dafür brauchen erstmal 1 davon quartet genau noch die standard und das quartenglust Ellis account komplett raus eisen habe ich glaube ich noch hier und und das quarteglthose haben wir ja auch noch im inventar glaube ich Ja, das heißt einmalig, ne fuck, ich glaube so ne, hä, schön wenn man sich sowas auch behält, ne doch so, ja, so, zack, doch andersrum, ach, Iron, ok, stimmt, ich habe ja extra noch gesagt, ja, Eisen habe ich auch im Winter, ok, sehr schön, da haben wir das, so, die Waren, oh, dafür brauchen wir eine Logic, eine goldene, davon braucht man dann auch zwei, drei Stück im Endeffekt, ähm, und mal eben das raustun, was wir gerade nicht im Inventar brauchen, damit wir ein bisschen Platz behalten, so, ok, ähm, Silikon, ich würde sagen, machen wir den Part jetzt mal ein paar Minuten länger, weil ich möchte zumindest das ME-System so weit fertig haben, dass man es auch benutzen kann. Hier könnte man auch, glaube ich, Upgrades reinbauen, so dass das Ding dann schneller funktioniert, aber, das machen wir dann später, eventuell, so, Engineering, hä, why not, oh, Logic, ups, ach, so, das ist, sind, hm, okay, das erklärt so einiges, das heißt, wir brauchen die dritte Variante auch doch noch, Mist, so, bumm, das heißt, wir brauchen die andere doch noch, ähm, hm, 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 hm da müssen wir dann also doch den tier quads herstellen das heißt ist ja gut hier weg ach so ich habe mein schwert doch im inventar ich dachte hängt noch da dann brauchen wir davon gerade den von den x-ray das ist so teuer hier wobei es geht eigentlich sind vier davon so dass quads glas haben wir da kommt jedes mal nur einer bei raus ich würde aber schon gerne direkt wenigstens zwei haben zwei so quads glas das kann man weg braucht man derzeit nicht der string davon haben wir inzwischen auch ausreichend zeige ich doch wieder vergessen was ich mache wie was ich brauche das so eisen einfach nur okay so dass das und okay haben wir zwei stück davon das heißt wir brechen hier mal gerade auf eigentlich sollst du nämlich so okay du hast auch schon saft eine quatsch dafür musste ich ja das ganze mit sand oder wie war das naja sand so war das glaube ich naja ok ach magnet modus aus mich wunderts wirklich das hier steht von wegen null output aber saft haben sie da kommt dann später das terminal dran oder saft haben sie mal her ja ok das wird dann wohl doch noch eine weile dauern länger als das eigentlich gewollt von mir warte mal am besten kann ich ja testen ob da saft drauf ist in dem ich einfach bumm ja device online ja gut aber dadurch dass das zeug erst wachsen muss ähm ja würde ich sagen sehen wir uns dann im nächsten part wieder und bis dahin ja bis dahin macht's gut und schaltet auch beim nächsten mal wieder ein von minecraft karma part 25 kommt morgen dann macht's gut ciao ciao b 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 Untertitelung des ZDF, 2020